Oh, ich habe Besuch, ist ja cool. Ja gut. Zunächst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich über deine Anwesenheit. Mein Name ist Kansha und ich bin ein Let's Player. Ich spiele die meiste Zeit über die Spiele aus dem Hause Nintendo, weil ich ein großer Fan und mit den Produkten von Nintendo aufgewachsen bin. Hauptsächlich zocke ich Pokémon und Mario Spiele. Neben den Solo-Projekten gibt es auch Community-Projekte, wie die Wi-Fi-Battles in Pokémon oder einige Runden in Mario Kart 7. Außerdem findest du hier auf meinem Kanal Opening-Videos zu Spiele-Konsolen, Spielen und Pokémon-Booster-Packungen. Ich lade jeden Tag mindestens ein Video hoch und würde mich daher über dein Abonnieren des Kanals freuen, damit du nichts mehr verpasst. Danke für deinen Besuch und für deine Unterstützung. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.